Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinerforschungen erreichen, dafür werden. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Hören Sie zu, Keite. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Noch irgendwelche Fragen? Nein, mein Führer. Hast du dann gute Reise? Also ja, Leute, gucken wir uns an. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Ja, Leute, gucken wir uns an. Ja, Leute, gucken wir uns an. Ja, Leute, gucken wir uns an.